Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfever hier bei Heisenberg Zockt. So, da vorne liegt, richtig, Berlin. Ja, nicht Wien, nein, nein, ist dann eben doch Berlin. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir sonst noch irgendwie mit unserem Baumaterial hin können. Man sieht schon, hier unten liegen schon welche Baumaterialien. Die werden abgeholt hier von den LKWs, in die Stadt reingebracht, schön hier mit dieser Schlaufe. Die haben wir ja noch gebaut, damit sie hier nicht einfach irgendwie so eine komische Pirouette machen, um zu drehen. Gut, und jetzt werden wir mal gucken. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne nochmal mit LKWs weitermachen. Weil wir, ähm, wo wollten wir hin? Genau, hier hinten nach Röderhof. Und wir müssen ja nicht von hier nach Röderhof, sondern von hier, weil hier das Baumaterial liegt. Dafür bräuchten wir aber hier auch nochmal so einen LKW-Port. Weil, kann ich das nochmal ausbauen, von wegen, dass das ähnlich funktioniert? Aber tatsächlich, guck mal, das ist ja sensationell. Wird das dann auch zu so einem LKW-Teil oder ist das einfach irgendwie noch diese Schenkerhalle? So, egal, wir machen es mal. Einfach, weil es cool aussieht. So, nee, das ist glaube ich tatsächlich, nee, das ist nicht wirklich ein LKW-Teil. Aber wir können hier eins hinstellen. Wir machen eine Strasse. Mal gucken, wo wir es haben. Und hier wird gerade irgendwie geklopft und gehämmert in der Wohnung drin. Ich weiss nicht, ist hier mal ein Specht ausgebrochen? Hört man das im Video, dann tut mir das leid. Hört man, kann ich leider nicht ändern. Das ist nicht bei uns in der Wohnung, das ist wieder mal irgendwo im Haus drin. Wie machen wir das am besten? Ich will sie hier lang, dann kämen wir an dem Gleis vorbei. Wir müssen hier auf eine Brücke. Oder wir gehen hier, genau, mit einer Kurve, da lang und da vorne rein. Dann haben wir nicht mal den Bahnübergang, der da noch im Weg wäre. Das würde dann heissen, plus, minus, möglichst gerade. Das ist nicht möglichst gerade. So ist, nee, aber so gibt es, warum gibt es denn eine Brücke? Moment, man müsste hier vielleicht mal noch auf ebenerdig einstellen. Ah, nicht, dass es da einen Tunnel gibt. Das ist auch nicht die Idee. Machen wir mal so. Ja, jetzt passt es, jetzt gefällt es mir. Dann hier irgendwie die Kurve. Aha, wird dann trotzdem aufgeschüttet. Das heißt, wir gehen ein bisschen runter. Also, wenn es jetzt ein bisschen, nee, dann haben wir wieder so eine Welle drin. Weil dann müssen wir da wieder hoch. Dann akzeptiere ich lieber, dass wir hier ein bisschen auf den Damm kommen. Also auf eine Aufschüttung rauf. Wenn es jetzt noch höher wird, nee, wird es nicht. Dann hätte ich jetzt tatsächlich vielleicht sogar mal noch den Damm verwendet. Gut, passt doch. Viel mehr müssen wir gar nicht machen. Weil dann können sie hier rein, können hier lang. Jetzt müssen wir hier schnell gucken. Der gelbe Bereich ist hier hinten. Und, nee, das ist kein LKW-Port. Da müssen wir nochmal so ein Teil hinstellen. Wie wir es in Berlin schon haben. Das war irgendwie, Moment, hier. Und dann das Teil. Ähm, ja, ist halt schon die Ausdehnung, die wir dadurch bekommen. Die ist schon krass. Hier haben wir aber auch nochmal einen Bahnübergang. Vielleicht hier oben. Da haben wir gleich mal die Bushaltestelle. Hier müssen sie wieder zu weit fahren. Würden sogar die Kreuzung blockieren. Ich denke, hier unten wäre es dann doch am besten. Gut, machen wir doch gleich die Linie. Damit wir hier das Teil eben gleich wieder finden. So, hier zurück. Ähm, dann hier rein. Und dann passt das nicht. Ach, logisch, passt das nicht. Das ist ja dann eben doch nicht, ähm, ein LKW-Port. So, sondern wir bauen noch einen. Mich irritiert irgendwie dieses Geklopfe und Geschabe, das ich gerade höre. Weil wieder irgendwo irgendeiner was baut. So. Äh, vielleicht so mit... Nee, da sind wir zu weit weg. Das ist keine gute Idee. Wie viele Linien brauchen wir? Eine würde eigentlich reichen. Historische Lagerhalle mit LKW-Haltestelle. Oh, das ist ja auch nett. Haben wir das schon mal? Nein. Ja, wisst ihr was? Wenn wir das noch nicht haben, dann haben wir sie jetzt. Ist doch ganz einfach. Weil das sieht relativ cool aus. Noch ein bisschen drehen. Zack. Sehr nett. Wusste ich gar nicht, dass wir das haben. Ach, was man nicht alles irgendwie noch findet bei den Mods jeweils. Das ist doch ein sehr schönes Teil. Cool. Machen wir hier zu. Ähm, beziehungsweise machen wir hier auf. Bräuchten. Habe ich jetzt die Linie noch gar nicht gemacht? Doch, eigentlich schon. Linie, wo bist du hingekommen? Wenn ich hier gucke. Ähm. Nee. Äh, Moment. Hier oben. Wo ist das Teil hingekommen? Da. Na gut, dann machen wir eben nochmal eine Linie. Ich habe doch eine Linie gemacht und die hat nicht funktioniert. Wo ist die denn jetzt hingekommen? Habe ich hier irgendwas eingestellt? Nein. Egal. Wir machen eine neue. Von hier. So. Zack. Nach hier unten. Jawohl. Und dann funktioniert das nämlich auch. Tatsächlich. Irgendwo haben wir noch eine Linie 1. Weil das ist Linie 2. Ich weiss nicht, warum die nicht angezeigt wird. Ich habe hier eingestellt alle Anzeigen. Naja, werden wir gleich wissen. Ist ja egal. Auf alle Fälle ist das hier Bau. Material. Röder. Dorf. Sauber. Haben wir. Wie finde ich jetzt Linie Nummer 1? Irgendwo müsste die doch sein. Ähm. Moment. Machen wir nochmal auf. Gehen wir mal raus. Mö, 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 mö. Irgendwo ist doch ja eine Linie 1. Da ist sie doch. So, dann lösen wir die nämlich. Zack. Weg mit dir. Und dann hat das alles wieder seine Richtigkeit. Gut. Ein Depot. Haben wir sicher hier in der Stadt drin. Mit Sicherheit. Weil hier verkehren Busse und nicht Strassenbahnen. Das hier ist ein Zugdepot. Ähm. Wo habt ihr das denn jetzt hingestellt? Habt ihr immer eine Tanke oder sowas in der Richtung? Ach hier. Da ist es doch. Strassenfahrzeuge kaufen. Güter. Und da könnten wir jetzt eigentlich spezielle LKWs nehmen. Denn die transportieren tatsächlich nur Baumaterial. So. Der transportiert kein Baumaterial. Das ist allerdings schade. Hier der. Nehmen wir doch den. Der fährt dann leer rum. Nur hier. Wie sagt man dem? Die Gondel? Nein. Wir haben die Führerstandskabine. Und ein Anhängsel. Also ein Ding. Das kriegt er dann. Sobald er die Sachen hat. Das Baumaterial. Und das wird er ja auch bekommen. Das wird auch funktionieren. Also machen wir das mal. Wir machen aber nicht automatisch. Sondern wir machen eben Baumaterial. So. Wir haben ein paar von denen. Okay. Das passt. Linie zuweisen. Baumaterial Röderdorf. Und dann wollen wir uns die natürlich auch noch kurz ansehen hier. Ja. Wie gesagt. Das ist immer die Führerstandskabine. Haben wir doch so glaube ich auch schon verwenden. Das ist jetzt nicht, dass wir das zum ersten Mal hätten. Da fahren wir jetzt aber mal ausnahmsweise nicht mit. Also wir können ja mal ein Stückchen in der Stadt noch mitfahren. Damit wir die Stadt noch ein bisschen sehen. Aber das macht jetzt sonst. Wo gehst du hin? Das macht jetzt sonst nicht viel Sinn. Ach genau. Die haben hier natürlich Lebensmittel. Haben sie schon. Die bekommen sie hier. Also die haben jetzt Lebensmittel und Baumaterial. Es geht voran. So. Mal drehen. Ja. Mitten in der Industrie drehen. So. Die rauchenden Schornsteine hier. Nett. Okay. Einmal drehen. Und dann genau hier halten. Und dann geht's. Ach. Da müssen sie halt hier wieder so drehen. Oder sie müssen nicht. Sie machen es. Aber. Ist auch okay. Man könnte das natürlich mit Wegpunkten noch entsprechend machen. Das ist ein bisschen eleganter. Irgendwo da vorne drehen. Aber. Muss ja nicht sein. Da oben noch der Techewee. Weil das ist halt eben. Röderdorf ist sowieso. Auch ein Städtchen irgendwie. So. Einmal schwupp. Genau. Ein Städtchen. Was jetzt nicht so in unserem Fokus ist. Ist eher auch noch da. Böse gesagt. Aber. Immerhin kriegen sie jetzt Baumaterial. Und immerhin. Haben wir hier tatsächlich eine Schranke. Oh schön. Na. Soviel zum Thema. Das ist dann halt wieder das Schöne. Was man erleben kann. In diesen. Ich sag mal. Randregionen. Dass da dann. Tatsächlich wieder irgendwie eine Dampflokkommotive durchrauscht. Mit dem schönen alten Pullmannwagen. So. Jetzt geht es hier wieder rauf. Und dann müssen wir eigentlich freie Fahrt haben. Dann können wir ja doch noch ein Stückchen fahren. Als nächstes. Gucken wir. Wo wir mit dem Zug noch hin können. Mit Baumaterial. Wir haben hier zum Beispiel Dresden. Dresden wäre doch auch nicht allzu weit weg von hier. Da müssten wir mal gucken. Damit wir auch mal wieder in Dresden ein bisschen was machen. Weil in den Kommentaren steht halt immer wieder. Mach mal in Dresden was. Mach mal in Zürich was. Ich weiss. Ich weiss. Aber eben. Ich sage gerne nochmal. Wir können immer nur eins nach dem anderen machen. Wenn wir in Dresden was machen. Dann schreiben dann irgendwann die Leute wieder. Nun mach doch in Berlin mal wieder was. Von daher. Ich habe auch noch zwei Hände. Und das Spiel irgendwie auch nur. Aber wie soll ich sagen. Ja man kann halt nur eins nach dem anderen machen. Geht nicht anders. So. Schön hier Überland. Da sieht man noch den Steinzug. Der da unterwegs ist. Und wieder hoffentlich neue Steine. Rot für da hinten. Da hinten raucht und macht und tut. Als gäbe es kein Morgen mehr. Und ich mag halt diese Strasse mit den Bäumen. Die ist einfach cool. Das hat tatsächlich was. Wenn man hier in der Schweiz auf dem Land ein bisschen unterwegs ist. Und hier einmal mehr. Der Grund warum ich gerne Depos hinstelle. Weil dann ist hier nicht einfach nichts. Sondern eben dieses Depot. Das wir da gerade gesehen haben. 50 haben wir. Perfekt. Das reicht. Ist ja zwar ausserorts. Aber wir wissen ja nicht. Ob hier nicht vielleicht irgendwann noch ein bisschen Städtchen entsteht. Ob das Ganze ein bisschen zusammenwächst. Deswegen. So. Da kommt der Steinzug wieder zurück. Beziehungsweise ist glaube ich sogar der Kollege. Nett. Jetzt haben wir doch die ganze Frage gemacht. Wir schauen mal kurz aus. Haben wir denn hier unten. Nein. Ich wollte gerade sagen. Schon Baumaterial. Für die Strecke. Nein. Sonst hätten wir mal noch den LKW gesehen. Wie der aussieht. Wenn er beladen ist. Bisschen schade. Moment. Kriegt nur der Zug. Welcher. Der hat aber schon. Doch der ist. Oh. Moment. Ich habe natürlich vergessen. Oh. Oh. Moment. Das steht natürlich falsch. Das Teil. Aber guck mal. Wir haben eigentlich den Zugang. Wenn ich hier zu mache. Bis hier hin. Oh. Wisst ihr was. Das müssen wir nochmal kurz ändern. Weil. Ja. Wir holen das Baumaterial ja nicht vom Bahnhof. Wir holen das von der Fabrik hier hinten. Das heisst. Wir müssen hier einen kurzen Durchgang machen. Machen wir mal. Das können wir ja stehen lassen. Wir benutzen es einfach nicht. Und dann geht das. Ja. Oder sogar vorne. Also vorne hier runter gehen. In die Unterführung. Und hier rein. Wir machen dich mal hier raus. Oder wir bauen dich so. Dass wir hier tatsächlich noch. Nein. Wir machen es ganz anders. Wir nehmen uns irgendwie. Das Teil hier. Machen das hier hin. Und dann haben wir das Teil da mit hundertprozentiger Sicherheit. Am Haken. Vielleicht sogar wenn wir dich hier hin machen. Ich gucke mal nochmal. Einfach wegen der Optik. Ja. Zack. Kommst du hier hin. Jetzt müssen wir aber die Strasse natürlich entsprechend ändern. Das wäre dann so. Warum nicht vielleicht sogar eine Brücke machen. Brauchst mal. So. Hier Höhe. Generieren. Bis hier hin. Und dann geht es nämlich eher auf eine Brücke. Wird dann aber eine Abschussrampe. Deswegen machen wir das lieber anders. Wir machen das ebenerdig. Und mit M mal gucken. Wie weit wir kommen. Ja. Kollision. Wir sind hier zu nah dran. Gut. Das heisst. Wir kappen das auch nochmal. Und bauen das auch leicht anders. Also bis irgendwie hier hin. M. Und dann gibt es hier eine Brücke. Ja. Wir schauen mal. Was sieht hier cool aus. Hier sieht natürlich vieles cool aus. Die Steinbrücke ist immer wieder nett. Eine Holzbrücke natürlich auch. Aber ich hätte hier gerne eine neuere. Weil das sieht schon danach aus. Das wäre das relativ neu gebaut worden hier. Ja. Machen wir dich hier hin. So. Jetzt mal gucken. Ja. Das klappt schon mal prächtig. Moment. Machen wir so. Dann müsste man da doch reinkommen. Jawohl. Kommen wir auch. Wenn wir von hier kommen. Ja. Dann macht es eine kleine Biege. Das ist auch okay. Machen wir mal die Biege. Jetzt müssen wir aber die Linie natürlich entsprechend ändern. Zum Glück habe ich das jetzt noch gesehen. Ich glaube wir hätten sogar das eine oder andere Baumaterialteil bekommen. Weil irgendwie geleuchtet hat es zumindest bis zur Strasse hin. Aber so haben wir es wenigstens mit Sicherheit. Und wie gesagt. Das Teil lassen wir. Weil es einfach natürlich schön ist. Das werde ich sehr gerne auch sonst mal nochmal verwenden. Ganz klar. Gut. Jetzt haben wir hier. Röderhof Nebengleis. Das muss weg. Dafür muss das hier hin. Und dann sieht man schon. Dann hat sich die Linie entsprechend angepasst. Wir können wieder laufen lassen. Und die fahren jetzt nochmal da runter. Der hat sogar gedreht. Fährst du hier rüber oder? Ne. Ich dachte es gerade. Weil die drehen dann einfach nochmal. Sobald der da hinten ist. Bei seinem Lagerdingens. Dreht er dann wieder. Beziehungsweise dann wird die Linie richtig eingelesen. Gut. Das passt. Haben wir das geändert. Funktioniert wunderbar. Jetzt wohin? Mit einem Zug. Ich habe gesagt nach Dresden. Hier unten hätten wir eigentlich noch. Oh. Wir haben da wieder ein neues Gebäude. Kann sein, dass wenn man raus geht. Dass das hier komisch eingelesen wird. Und dann hat man wieder ein Problemchen. Okay. So. Gespeichert haben. Ich konnte in Ruhe nochmal einmal herzhaft niesen. Gut. Also hier runter. Klein Lyko. Ja. Wollen wir eigentlich natürlich auch. Weil es ist tatsächlich in der Nähe. Muss ich nochmal schnell gucken. Da oben. Könnte man auch bald mit LKWs machen. Wobei. Ja. Die haben halt hier auch noch keinen Güterbahnhof. Die haben hier eigentlich so gut wie gar nichts. Wenn man hier guckt. Das ist ein bisschen Bahnhof. Und ja. Nahrung werden sie auch keine haben. Nein. Ich möchte den Stadtnamen haben. Bitte schön. Äh. Doch. Nahrung haben sie auch. Okay. Aber Baumaterial halt nicht. Aber irgendwie reizt es mich eben doch. Jetzt zuerst mal irgendwie hier noch eine schöne Linie zu ziehen. Nach. Genau. Hier hinten Dresden. Wenn wir hier schauen. Äh. Dresden. Oh. Da hat Dresden nicht mal Lebensmittel. Okay. Um Dresden müssen wir uns kümmern. Definitiv. Die haben hier ja einen Güterbahnhof. Schaut mal. Hä. Warum haben die denn keine Lebensmittel? Ist das nicht eine Lebensmittellinie? Die hier lang geht? Food Dresden. Null. Null. Du fährst gerade nach Dresdenanbau. Ach. Von Hamburg kommt. Okay. Das ist. Ne. Also irgendwie klappt das nicht. Das müssen wir uns wahrscheinlich nochmal ansehen. Also weil. Hier kommt keine Nahrung an. Mal gucken warum. Die Linie steht. Warum das nicht funktioniert. Aber das ist jetzt nicht Thema. Jetzt machen wir die Baumateriallinie. Und die käme wahrscheinlich dann irgendwie von hier. Das ist halt die Frage. Wo machen wir die? Warum nicht sogar hier quer durch? Nachher hinten. Und dann hier Richtung Bahnhof rein. Geht mit Sicherheit hier unten raus. Ich würde sagen. Machen wir einfach mal. Dann nehme ich jetzt gerne aber schnelles Gleis. Weil das darf durchaus auch ein schneller Zug werden. Meiner Meinung nach. Weil die Strecke eben das einfach hergibt. Ist eine relativ lange Strecke. Die wir hier haben. Dann können wir schon mal alle Gleise mitnehmen. Welche wir jetzt nehmen. Gucken wir gleich. Wir haben im Prinzip. Hier was drin. Ja da können wir die beiden Gleise hier nehmen. Dass man hier. Oh ne da kommt dann. Der andere Zug. Da müssten wir hier eine Weiche haben. Dann könnten sie wechseln. Das wäre eigentlich relativ nett. Das heisst. Wir müssten hier so ein Teil haben. Dann könnten sie da rein. Das heisst wir können hier diesen Bahnsteig nehmen. Oder den sogar. Ne den nicht. Aber den hier. Kommt man denn hier nicht auch noch rein? Dass man irgendwie mit der Weiche da reingeht. Da haben wir zu wenig Platz. Weil wir hier eine X-Weiche haben. Da können wir das Gleis nehmen. Ne aber dann verschwenden wir ein Gleis. Wobei wir haben ja jetzt hier nicht mehr vier wie früher. Weil wir den Bahnhof umändern mussten. Sondern wir haben deren sechs Gleise. Aber irgendwie ist es trotzdem nicht ideal. Moment. Ich baue mal die Gleise ein Stück weiter raus. Dann werden wir genau sehen. Was wir machen können. Und machen sollen. In Sachen Weichen etc. Gut. Das wäre jetzt also mal die Ausgangslage. Und jetzt wollen wir eigentlich in dieses Gleis rein. Das heisst wir müssten hier mit dem Gleis früher rüber. Wisst ihr was? Wir machen folgendes. Wir kappen hier im Prinzip den Teil der X-Weiche. Weil das brauchen wir nicht für die Linie. Jetzt mal schnell gucken. Ähm. Gerne mit alten Gleis die Weichen. Das war. Welche Gleise nehmen wir denn? Im Prinzip die beiden. Okay. Dann kommen wir hier runter. Würde eigentlich passen. Ne. Dann gehen wir eben nicht da rein. Sondern da. Ich brauche hier eine Weiche. Ne. Aber nicht da rein wo der zukommt. Sondern hier. Und hier geht es. Doch hier geht es. Okay. Machen wir mal. Doch doch. Jetzt kann er von hier kommen. Da rein. Geht raus. Und jetzt müsst ihr von hier noch wieder da rüber kommen. Und das kann er hier machen. So. Das müsste von der Weichenstellung, Legung, Bauart her eigentlich funktionieren. Okay. Dann können wir nämlich hier tatsächlich diese beiden Gleise nehmen. Und ja. Warum jetzt nicht mal ein Momentchen noch dieser Strecke folgen. Wir müssen dann hier im Prinzip geradeaus. Da könnte man. Wenn wir jetzt hier nicht einen Damm gemacht hätten. Dann könnte man hier eigentlich unten durch. Ja. Aber hätten wir nicht und haben wir nicht. Wir haben halt nun mal. Dann müssen wir das anders machen. Wobei. Es wäre vielleicht fast netter. Wir würden hier schon irgendwie auf eine Brücke gehen. So. Und dann hier irgendwie rüber. Quer rüber. Gibt dann eine richtig schöne Konstruktion mit einer Brücke über einer Brücke. Und unten durch geht nochmal eine Brücke. Weil hier ist auch nochmal ein Gleis. Also das macht definitiv Sinn, wenn wir hier auf eine Brücke raufdüsen. So. Gerne gerade. Ein bisschen aufs Tempo achten dürfen wir schon. So ist es nicht. Sagen wir mal. Wir bauen das einfach mal. Mal gucken wie es aussieht. Das würde sogar mit einer Biegung noch ein bisschen gehen. Ich möchte aber diese Höhe haben. Und dann würde ich hier eben doch vielleicht plus minus etwa das gleiche Brückengestell verwenden. Damit das hier unten auch vernünftig aussieht. Ja. Ist doch cool. Baut in der Realität kein Mensch. Sowas kann man nicht bauen. Man möchte sowas nicht bauen. Für unsere Anlage finde ich ist das perfekt. Vielleicht sogar tatsächlich hier wieder runter. Ja. Sieht fast besser aus. Aber dann müssen wir hier hinten ja nochmal rüber. Da bleiben wir auf der Brücke. Ne. Wisst ihr was wir machen? Ihr ahnt es. Jetzt schreien viele. Nein. Doch. Jetzt machen wir hier tatsächlich nochmal einen Damm. Weil wir hier einen Damm haben. Also das wäre mal so. Geht dann bis hier hin. Möglichst mit Tempo. Die Brücke limitiert hier diese. Also legt die Geschwindigkeit von 200 fest. Das ist aber in Ordnung. Ist ein Güterzug. Also 200 für den Güterzug ist schnell. Wir haben gar nicht wahrscheinlich solche Wagen. Die viel mehr zulassen. Gut. Einmal Damm. Damm Damm. Bis hier hin. Zack. Jetzt mal das zweite Gleis noch mitnehmen. Bevor das in irgendeiner Form Ergo gibt. Oder Probleme. Das wärst ja dann Du. Ich hoffe das geht hier vorne. Ne. Oh. Und wie das geht. Das ist ja wunderbar. Hier werden wir auch noch rüber kommen. Der Damm stellt in aller Regel auch keine grossen Probleme dar. So. Hier wieder auf die Brücke. Sogar gerne mit ein bisschen Kurve. Ne. Wir bleiben auf der Höhe. Und die Ausrichtung stimmt. Wobei. Ja. Wir brauchen hier eigentlich keine Kurve. Zumindest nicht in die Richtung. Wenn. Dann müsste ich in die Richtung gehen. Ne. Das sieht nicht gut aus. Dann besser. So ebenerdig. Und dafür kürzer. Und dann hier hinten auf eine Aufschüttung. Oder so hoffen. Ah. Schön geht. Schön durch den Wald durch. Da hinten ist Dresden. Machen wir. Jetzt gucken was wir hier draus machen. Sicherlich nicht das. Sondern. Ah. Terrain-Gleichung nicht möglich. Schade eigentlich. Gut. Hm. Ne. So eine lange Brücke. Gefällt mir aber nicht. Warum kommen wir hier denn nicht zügiger runter? Ist ein bisschen schade. Hier wird es ein bisschen schneller gehen. Ne. Hier wird es ein bisschen schneller gehen. Dann müssen wir hier halt nochmal einen Schlenker machen. Das ist ja in Ordnung. Das muss ja nicht topfgerade ausgehen. Warum denn auch? Das sieht doch einmal noch komisch aus. Gerne den Zug ein bisschen durch Kurven durchlenken. Aber. Echt jetzt mit der Brücke? Also einen Damm möchte ich ja keinen. Nicht in den Wald rein. Dann bleibt eigentlich fast nur Kollege Brücke. Ja gut. Dann machen wir Kollege Brücke. Zack. Hier ein bisschen in die Richtung. Gerne ohne Tunnel. Das funktioniert sogar wenn wir hier wieder Höhe haben. Und sonst haben wir hier ein kurzes Tunnel. Das ist eigentlich auch okay. Machen wir mal. Ähm. Gerne mit irgendwas massivem. Wie dem hier. Dann sind wir da. Da hinten müssen wir hin. Da stimmt alles soweit. Wir haben jetzt auch wieder 300 kmh sozusagen. Nicht nur sozusagen. Sondern die haben wir. Die werden wir aber nicht ausnutzen. Weil wir wie gesagt kaum Wagen haben. Die so ein Tempo erlauben. Da sind wir natürlich ein bisschen ausgeliefert. So. Nein. Nicht mit Brücke. Sondern gerne so. Hier lang. Dann wird es wieder eine Brücke. Hier wird es wieder ein Tunnel. Aber das müsste man aufschütten können. Jawohl. Können wir. Machen wir. Stimmt denn die Ausrichtung noch? Wir müssen eigentlich hier rein. Das heißt wir müssen da ungefähr rauskommen. Ja. Dann könnte man das Ganze vielleicht sogar noch in die Richtung ein bisschen ziehen. Da muss ich aber aufpassen. Dass wir das zweite Gleis noch hinkriegen. Sollte eigentlich schon gehen. Ja. Da meint die Fabrik gar nichts dazu. Der Kollege. Erz. Fabrik. So. Passt. Einmal hier an der Erzfabrik. Oder Erzmine. Das ist ja keine Fabrik. Eine Erzmine vorbei. Und dann geht es hier echt in den Tunnel rein. Ja. Es geht in den Tunnel rein. Das können wir sonst gar nicht regulieren. Ist aber okay. Da brauchen wir aber das hier nicht mehr. Dann machen wir es so. Machen hier nochmal so ein Portal. Wieder was Fettes. Und hier machen wir dann sozusagen die Kurve. Da vorne rein. So. Okay. Dann hat nämlich Dresden auch mal nochmal ein bisschen was. Wenn sie schon aus irgendeinem Grund keine Nahrung bekommen. Ich weiss tatsächlich nicht warum nicht. Aber ja. Es ist halt so. So. Das wäre dann so. Muss das ein Tunnel sein? Nein. Wenn wir es so machen. Dann haben wir kein Tunnel. Dann haben wir so ein Dingens. Da rein. Jetzt müsste es noch das richtige Gleis sein. Das ist es. Würde ich mal behaupten. So. Dann müssen wir natürlich auch schön gucken. Wo müssen wir dann hin? Mit dem Baumaterial hier. Also in den gelben Bereich. In Richtung Industrie. Und. Ja. Das werden wir alles noch in Angriff nehmen. Jetzt machen wir hier schon mal die Weichen. Wenn wir schon gerade hier sind. Passt. Jetzt hier vorne noch schnell die Weiche machen. Müssen wir da noch eine Weiche machen? Eigentlich nicht. Die Signale müssen wir natürlich nochmal. Wenn das hier so durch geht. Und wir den Zug da drin wollen. Müsste. Im Prinzip hier oben dann das Signal sein. Gut liebe Freunde. Das werden wir machen. Allora. Wir haben eine weitere Strecke. Und Dresden kommt jetzt tatsächlich auch in den Genuss von Baumaterial. Das freut mich. Und das freut wahrscheinlich die Dresdner auch. Danke fürs Zusehen. Hoffe hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.